Hallo alle zusammen! Gut euch noch viele hier zu sehen, das ist ein Unding. Auf jeden Fall wollte ich den 27. April ankündigen, wir werden hier vom Brandenburger Tor die nächste Demo machen. Wir waren gestern hier, haben von Danmark gestartet, unter dem Tor war durch und haben vor dem Mahnmal an den russischen Soldaten demonstriert gestern. Da waren bestimmt ein paar Leute dabei. Dieses Plakat war gestern auch vertreten. Auf jeden Fall haben wir ein gemeinsames Anliegen, das ist Frieden! Der Zug von gestern war, gebt uns Frieden, keinen Krieg! Und unter dem Motto sind wir gestern auch hier rübergezogen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt alle zwei Wochen diese Freistaltung weitermachen. Und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn ihr da dazustauscht. Einfach auf Facebook gucken, wir sind da auch vertreten und überall. Einfach mitmachen. Super Ding, dass ihr alle hier seid. Danke! Auf jeden Fall hingehen, ihr lieben, auf jeden Fall hingehen! Und ihr könnt ja nur wieder versuchen, was wollen wir? Frieden! Rauter! Frieden! Amen! Frieden! 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 Ja, komm, ja.